Servus, ich bin der Julius von Mimodo und ich stelle euch heute die LG N1K Neon Black Modulreihe vor. Die Module kommen mit Cello-Design-Technologie und jeweils 120 Monokristallinen Typ Endzellen. Das Leistungsspektrum reicht dann von 365 bis 380 Watt. Die komplett schwarz durchdesignten Module sind sehr gut für den privaten Gebrauch geeignet, können aber natürlich auch gewerblich eingesetzt werden. Wie schon erwähnt ist der Rahmen und das von vorne sichtbare Backsheet die Rückseitenfolie in schwarz gehalten und wie das Ganze von hinten ausschaut, sehen wir uns jetzt nochmal an. Von vorne ist das Modul zwar schwarz durchdesignt, aber hinten haben wir trotzdem eine weiße Rückseitenfolie und dann haben wir natürlich noch die original MC4 Stecker zur Verkabelung des Moduls. Zu den Maßen, das Modul schaut hier etwas größer aus als es tatsächlich ist, da es auf einem Modulständer steht. Es ist lediglich 1,77 Meter hoch, 1,04 Meter breit und 40 Millimeter tief und kommt dann auf ein Gesamtgewicht von 18,5 Kilogramm. Des Weiteren ist das Modul gut für hohe Schnee- und Windlasten geeignet. Das war es auch schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.